Er ist noch mal am Start an dem Speedstream hier, schön unterwegs an der Hit und was wir am letzten Punkt von ihm noch mal richtig sauer am Terribor plaudierungstern! Super! Applaus für Exa macht ihr hier den großen Block runter. Barstin an der Hit, wir gehen nicht in den Worldwide rein, aber schön über 80 hier auf die Sandung rausgemacht. Los ist jetzt trotzdem los, sind hier neue Wege, jetzt geht's auf den Speedstream los. Barstin an der Hit und jetzt der letzte Profi. Terribor Poulter, herrhoi! Kommen wir auf den Ballen, Applaus für die Summe Schreiberhauser! Geht ihr los für dein Schönen Telekom? Terribor Poulter, Mauskepi ist lauer! Das ist der Typ, den wir in der Hand darf und wir sagen. Körg Borreich, ich sag alles, geht's rum! Terribor Poulter! Einmal wo man jetzt ist rum! Also, jetzt geht's los! Jetzt wieder die Hände zusammen mit dem Job! Der Job hier richtig unter ist, dass er hier mit dem 70er ganz, ganz sauer ausgefahren. Auch manchmal sauer als andere Fahrrad hier. Körg Borreich, auch ganz locker mitgenommen. Besser los! Terribor Poulter 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 Poul Und jetzt kommt er hier zu seiner Lieblings-Renübeingssammlung. Torpa! Wo bist du hier? Schiff, schiffst du? Jetzt gibt er hier richtig viel Schwung dabei. He, he, he! Hände zusammen gemeinsam genauso. Also, für den ersten Tag, der 30-30-30-10er fangen, dass die Wette er. Let's do it! Let's do it! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Das war der Fisch. Bravo, bravo! Das war der Fisch. Und das war auch sehr gut. Das war der Fisch.